Herzlich willkommen bei Jobstuhl. Einfach gut sitzen. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Andreas Schertz. Ich bin Gesellschafter-Geschäftsführer der Büroschlang GmbH in Schörndorf bei Stuttgart. Als Handels- und Dienstleistungsunternehmen in der Bürowirtschaft sind wir Mitglied in der Genossenschaft Büroring. Büroring ist einerseits ein Einkaufs- und Marketingverband, andererseits ein leistungsfähiges Netzwerk innovativer Unternehmen. Und innerhalb dieses Netzwerks gibt es verschiedene Marketinggruppen mit jeweils eigenen Schwerpunkten. Jobstuhl ist die jüngste Marketinggruppe innerhalb des Bürowings und ich bin hier als Sprecher dieser Marketinggruppe. Jobstuhl ist seit ziemlich genau drei Monaten am Start. Freuen Sie sich auf inspirierende Impressionen von Jobstuhl. Sie kennen alle die vielen Begriffe, die mit Job beginnen. Zwei dieser Begriffe sind nach meiner Beobachtung in letzter Zeit besonders häufig in den Medien genannt worden. Jobrad und Jobticket. Ich habe mich gefragt, ob es hier Gemeinsamkeiten gibt. In beiden Fällen übernimmt der Arbeitgeber eine Leistung, die früher der Mitarbeiter selbst bezahlt hat. Hier das Fahrrad, dort die Fahrkarte. Dann gibt es zwei Megatrends, die uns für Jobstuhl inspiriert haben. Zunächst der Fachkräftemangel. Die meisten von Ihnen werden mit diesem Problem konfrontiert sein. Wegen des demokratischen Wandels sind keine oder viel zu wenige Arbeitskräfte zu finden. Als zweiten Megatrend nenne ich New Work. Veränderungen in der Arbeitswelt hier das Homeoffice. Ich verwende den umgangssprachlichen Begriff Homeoffice, der sich in der Öffentlichkeit als allgemeinverständliche Bezeichnung durchgesetzt hat. Gestatten Sie eine kurze Begriffsbestimmung. Es gibt einen Unterschied zwischen Telearbeit und mobiler Arbeit. Die Telearbeit ist in der Arbeitsstättenverordnung gesetzlich definiert. Die mobile Arbeit ist nicht geregelt. Stattdessen gibt es individuelle Regelungen oder Betriebsvereinbarungen. Also wenn ich Homeoffice sage, meine ich immer mobiles Arbeiten. In den letzten Jahren hat sich unsere Arbeitswelt ziemlich verändert. Zum Beispiel durch Zunahme der hybriden Arbeitsplatzmodelle. Wenn ich die Statistik richtig interpretiere, dann arbeiten in Deutschland circa 10 Millionen Menschen im Homeoffice. Mal mehr, mal weniger. 10 Millionen Menschen. Eine gigantische Zahl. Und der Spiegel berichtet, mehr als 2 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten ausschließlich von zu Hause. Das große Thema von Jobstuhl ist ja die Ergonomie am Arbeitsplatz. Wir konzentrieren uns dabei auf die Aussage, Jobstuhl als Schmerzlöser für Arbeitgeber und Mitarbeiter. Einerseits die Arbeitgeberansprache. Hier ist das zentrale Thema die Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter. Andererseits die Mitarbeiteransprache. Hier geht es primär um die Gesundheit der Mitarbeiter. Kurz und knackig lässt sich sagen, gesunde Sitzen ist Chefsache. Das bedeutet, wir sprechen in Bezug auf den Fachkräftemangel und das immer stärker werdende Gesundheitsbewusstsein beide Seiten unserer Zielgruppe im selben Maß an. Ich beginne mit der Jobstuhlansprache Richtung Arbeitgeber. In Seiten des Fachkräftemangels müssen sich Unternehmen von der Masse abheben. Was macht ein Unternehmen, um die besten Köpfe für sich zu gewinnen und diese Talente dauerhaft an Bord zu halten? Zeigen Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie nicht nur ihre Arbeit wertschätzen, sondern sich tatsächlich um ihr Wohlbefinden sorgen. Mit Jobstuhl senden Sie ein deutliches Signal. Sie bieten ein ergonomisches Arbeitsumfeld, auch im Homeoffice. Stärken Sie die Teambindung, boosten die Produktivität und schnappen sich die fähigsten Bewerberinnen und Bewerber. Jobstuhl macht es möglich. Oder will jemand wirklich riskieren, dass sich die händeringen gesuchten Experten woanders wohler fühlen? Warum Jobstuhl? Hier einige Vorteile für Arbeitgeber. Wenn Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergonomisch sitzen, dann steigt Ihre Konzentration und Sie erledigen Ihre Aufgaben effizienter. Das Ergebnis? Mehr Produktivität und Effizienz. Durch einen gesunden Arbeitsplatz steigert sich das allgemeine Wohlbefinden und Fehlzeiten werden reduziert. Oft sind es die kleinen Dinge, die zählen. Ein ergonomischer Stuhl kann für mehr Loyalität sorgen als manch andere Maßnahme. Bei Jobstuhl liegen alle Preise unter der Abschreibungsgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter. Das bedeutet, Sie investieren aktuell bis zu 800 Euro in den Arbeitskomfort Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nutzen die sofortigen steuerlichen Vorteile. Und last but not least, ein Jobstuhl ist nicht nur ein Möbelstück, sondern auch ein Zeichen der Anerkennung. Ihr Team wird diese Geste zu schätzen wissen. Jetzt wechsle ich die Blickrichtung und spreche als Jobstuhl Richtung Mitarbeiter. Als Mitarbeiter kennen Sie die Vorteile des Homeoffice. Flexibilität, keine Pendelzeiten, die Freiheit im persönlichen Lieblingsoutfit zu arbeiten. Doch es gibt eine Sache, die häufig übersehen wird. Der richtige Stuhl. Schließlich kann das stundenlange Sitzen auf der Couch oder einem anderen ungeeigneten Untergrund zu Rückenproblemen sowie anderen Beschwerden führen. Genau hier kommt Jobstuhl ins Spiel. Unser ergonomischer Bürostuhl für zu Hause beugt Fehlverhalten vor, reduziert Nackenschmerzen, verbessert die Blutzirkulation und vieles mehr. Und das Beste? Sie wählen Ihren idealen Begleiter aus und den Rest, ja sogar die Finanzierung, übernimmt der Chef. So einfach ist das. Warum Jobstuhl? Hier einige Vorteile für Mitarbeiter. Das Leben ist vielfältig, genau wie unsere Jobstühle. Ob groß oder klein, breit oder schmal. In unserem Shop finden Sie garantiert den perfekten Begleiter. Sie verbringen viele Stunden im Sitzen. Deshalb sind unsere Jobstühle ergonomisch designt, um Ihren Rücken zu unterstützen und Ermüdung vorzubeugen. Ein Stuhl muss nicht nur bequem sein, sondern auch gut aussehen. Mit Jobstuhl erhalten Sie die Kombination aus Design und Ergonomie. Und das Beste? Es gibt keinen Stress mit den Kosten. Der Mitarbeiter wählt den Stuhl aus und die Rechnung geht direkt an den Chef. Kein Aufwand, kein Risiko, nur purer Komfort. Unsere Jobstühle sind Ihr ergonomischer Begleiter, egal ob in der Firma oder zu Hause. Ergonomie ist nicht nur ein Modewort. Sie hat einen realen Einfluss darauf, wie wohl sich Menschen im Homeoffice fühlen. Und genau darum bieten unsere ergonomischen Bürostühle weit mehr als einen weichen Untergrund für stundenlanges Sitzen am Schreibtisch. Jobstühle passen sich präzise an die individuellen Bedürfnisse ihrer Besitzer an, von der Höhe über den Rückendruck bis zur Sitzneige. Jedes Detail ist auf maximalen Komfort ausgerichtet. Wenn man über Jobstühle spricht, dann kommt man zwangsläufig zum Tisch. Deshalb gibt es Jobtische, höhenverstellbare Schreibtische für das moderne Homeoffice. Höhenverstellbare Schreibtische sind mehr als ein Trend, nämlich eine gesunde Antwort auf die stetig steigenden Anforderungen des modernen Arbeitsalltags. Schließlich ermöglichen Sie es, Rückenschmerzen und anderen Beschwerden durch regelmäßigen Positionswechsel vorzubeugen. Lassen Sie uns Ihr Homeoffice auf eine neue Stufe heben und starten Sie in eine dynamischere Arbeitswelt. Ihr Ansprechpartner bei Jobstuhl ist der regionale Jobstuhl-Partner. Hier erhalten Sie die geballte Kompetenz für Ihre zukunftsfähigen Arbeitsplätze. Als leidenschaftliche Ergonomie-Experten haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, immer einen Schritt voraus zu sein und stets die besten Lösungen für Ihr Wohlbefinden und Ihre Produktivität bereitzustellen. Wir bieten auf Wunsch eine ausführliche Ergonomieberatung für den persönlichen Arbeitsplatz. Gesunde Sitzen geht uns alle an. Lassen Sie uns gemeinsam das perfekte Arbeitsumfeld für sich selbst und Ihr Team schaffen. Jobstuhl folgt dem Netzwerkgedanken. Die regionalen Jobstuhl-Partner sind über Deutschland verteilt. Aktuell sind wir 14 Partner. Wir sind seit wenigen Monaten am Start. Deshalb wachsen wir kontinuierlich weiter. Und der aufmerksame Betrachter hat auch längst bemerkt, dass das angezeigte Bild nur zwölf Standorte zeigt und dringend ein Update braucht für die aktuell 14 Partner. An dieser Stelle darf ich sehr herzlich zwei Jobstuhl-Kollegen begrüßen. Die Annette Kromelz von Bürocenter Butzbach und den Stefan Dorn von Büro Dorn in Frankfurt am Main. Und in dieser Reihe auch gleich den Kai-Uwe Heuer als Vorstand des Büroring. Beide sind Jobstuhl-Partner der ersten Stunde und stehen nachher auch gerne für Fragen zur Verfügung. Bei der Jobstuhl-Partnerschaft ist uns wichtig, dass Sie einen persönlichen Ansprechpartner haben, bei der individuellen Kaufberatung, dem Probesitzen oder der Frage, wie stelle ich meinen Stuhl richtig ein. Auf Wunsch erhalten Sie auch eine Ergonomieberatung in Ihrem Büro vor Ort oder im Homeoffice. Übrigens bieten wir auch eine Ergonomieberatung als Videosprechstunde an. Ich darf die verschiedenen Kaufvarianten nochmals systematisch darstellen. Die Variante 1 sehen Sie oben in der Mitte. Die Firma kauft den Jobstuhl und ist somit Eigentümer. Lieferanschrift ist das Homeoffice des Mitarbeiters. Er nutzt den Jobstuhl und ist somit im wahrsten Sinne des Wortes Besitzer. Variante 2, im Bild ebenfalls in grüner Farbe oben Mitte, ist eine attraktive Variante, die insbesondere für mehr Gerechtigkeit steht, wenn ein Unternehmen nicht für alle Mitarbeiter Homeoffice anbieten kann. Sie kennen die Möglichkeit des sogenannten Sachbezugs. Der Arbeitgeber kann den Mitarbeitern monatlich bis zu 50 Euro geben, aber wichtig, als Sachleistung. Und dieser Betrag ist steuer- und sozialversicherungsfrei. Transportiert wird dieser Betrag als Gutschein. Hierzu gibt es verschiedene Modelle und Anbieter. Jetzt muss der Mitarbeiter diesen Gutschein ja nicht im selben Monat einlösen, sondern er kann auch mehrere Gutscheine bzw. mehrere Gutscheinguthaben ansammeln. Und nach zum Beispiel zehn Monaten kauft er sich einen Jobstuhl und zahlt mit seinen Gutscheinen. Bei dieser Variante 2 haben wir denselben Sachverhalt wie bei Variante 1. Der Jobstuhl wird vom Arbeitgeber finanziert, entweder direkt oder über Gutscheine. Und der zusätzliche Vorteil bei Variante 2, der Mitarbeiter ist jetzt Eigentümer und Besitzer seines Jobstuhls. Die Varianten 3 und 4 gibt es schon immer, deshalb sind sie auf diesem Bild in grauer Farbe dargestellt. Der Privatkunde kann selbstverständlich auch aus eigener Kasse einen Jobstuhl kaufen. Firmenkunden kaufen Jobstühle für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Büros im Firmengebäude. Und selbstverständlich ist auch bei Büromöbeln bzw. Stühlen eine Finanzierung per Leasing möglich. Ich bin mit meinen Ausführungen bereits kurz vor Schluss angelangt. Gestatten Sie eine schnelle Zusammenfassung. Im Prinzip funktioniert Jobstuhl ähnlich wie das beliebte Dienstwagen-Leasing. Nur, dass sie statt vier Rädern auf Zeit fünf Rollen für immer bekommen. Der Vorteil? Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich über einen kostenlosen Bürostuhl. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber freuen sich darüber, ihren Mitarbeitern etwas Gutes zu tun und die Ausgabe sofort abschreiben zu können. Also eine echte Win-Win-Situation. Alle Informationen zu Jobstuhl, unseren Partnern und Produkten, finden Sie auf unserer Website bzw. Online-Shop unter jobstuhl.de. Ein ganz anderes Thema möchte ich noch kurz ansprechen. Wie halten Sie es mit der Anrede im Unternehmen gegenüber den Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten? Ich habe Sie jetzt bei meinem Vortrag in der C-Form angesprochen. Für unsere Website haben wir entschieden, unsere Interessenten per Du anzusprechen. Weil frischer und moderner. Ihre Meinung dazu interessiert mich. Und jetzt ein tatsächlich abschließender Gedenke zu Ökologie, Ökonomie und Soziales. Das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit gilt als wichtiger Leitfaden für eine nachhaltige Entwicklung. Jobstuhl erfüllt alle drei Säulen der Nachhaltigkeit. Ökologische Nachhaltigkeit. Die Mitarbeiter fahren weniger Auto. Es ist weniger Bürofläche nötig. Die wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Abschreibungsmöglichkeiten für den Arbeitgeber. Die soziale Nachhaltigkeit. Die Wertschätzung des Arbeitgebers an die Mitarbeiter. Die Gesundheit des Mitarbeiters. Durch den ergonomischen Stuhl. Mitarbeiter sparen Weg und Zeit. Somit steht die Jobstuhl-Idee auch für nachhaltiges und verantwortungsvolles Wirtschaften. Damit bin ich in meinen Ausführungen am Ende angelangt. Herzlichen Dank, dass ich zu Ihnen sprechen durfte. Für Fragen oder Rückmeldungen aller Art stehen Ihnen die Kollegen und ich sehr gerne zur Verfügung. Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Vielen Dank.